hallo ja heute ist ja black friday und alle machen ganz tolle angebote und ich dachte das kann ich auch ich bin so happy happy gehyped gehyped gehabt und habe ja gestern abend schon mal kurz angewähnt weil ich bin ja nicht so der verkaufsstarr ich möchte eigentlich lieber beweise geben aber heute zum black friday mache ich euch folgendes angebot in der akademie ist ja eine instant change anwendung beinhaltet das heißt es sind drei sitzungen 20 minuten mit reiner kraftvoller energiearbeit für dich und zwar energiearbeit die die emotionen hinter den blockaden auflöst so dass du quasi emotionen wie angst zweifel selbst sabotage um ein paar zu nennen auflösen darfst die gehen aus seinem system raus und behindern dich eben nicht mehr die zukünftigen wünsche und träume von dir klarer zu haben klarer zu sehen und an dich heranzulassen mein angebot für dich ist jetzt wenn du sagst ich kann nicht komplett einsteigen jetzt in die akademie weil mir vielleicht auch die finanzen fehlen weil ich oder weil ich noch nicht ganz sicher bin ob das wirklich was für mich ist kannst du eine instant change anwendung buchen bei mir es gibt zwei preise und zwar ist der eine preis wenn du ein testimonium machst ist 497 sind 50 prozent weniger als wenn du kein testimonium machst und du kriegst von mir nicht nur diese drei mal 20 minuten energiearbeit sondern noch ein 60 minütiges eins zu eins coaching dass dir diese vision noch mal klarer darstellt dass dir hilft die nächste aktion zu erkennen die für dich eigentlich anstehen würde in richtung deiner wünsche ziele und träume dieses eins zu eins coaching ist alleine schon 440 euro wert das kriegst du von mir geschenkt weil ich will dass du merkst was da gehen kann was da gehen kann wenn du deinen geist und deinen körper in einklang bringst wenn du anfängst mit deiner aufmerksamkeit mal energien dorthin zu lenken wo du sie haben möchtest wo sie sich gut anfühlen möchte dass du diese erfahrung machst ich möchte mit dir teilen wie einfach es sein kann und was die einzelnen komponenten sind es ist nun mal denken fühlen und handeln aber ohne die emotionen dazu kommen wir eben nicht weiter wir machen nicht die richten richtigen entscheidungen wir machen nicht die richtigen handlungen weil wir in einem alten emotionalen energetischen programm ich weiß manche mögen das nicht aber es ist so gefangen sind um da raus zu steigen da möchte ich dir gerne helfen und dir noch ein tool an die hand geben natürlich ist meditation auch noch ein ganz ganz wichtiges tool schreiben ist ein wichtiges tool es gibt noch ganz ganz viele tools die die ich natürlich in der akademie dir zeige dich komplett bemächtige dich selbst weiter zu begleiten mir ist es absolut nicht ein anliegen dass du irgendwie abhängig wirst von jemand anders im gegenteil mir ist es ein anliegen dass du selbstbestimmt total autark dein leben gestaltet und führen kannst und die richtigen tools an der hand hast dass sich einfach nur noch gut anfühlt wenn du dieses angebot gerne annehmen möchtest poste ich dir in den kommentaren den link dazu zur anmeldung es ist absolut enthalten in diesem angebot du zahlst also nur die instant change anwendung machst dann mit mir einen termin aus du hast dreimal diese energiearbeit plus 60 minuten eins zu eins coaching für dich persönlich deine persönliche situation für die die gestern in der akademie dabei waren die haben einen kleinen vorgeschmack bekommen was es bedeutet wie mein coaching abläuft wie ich das mache und ja das wäre es heute black friday das angebot gilt ab heute ab jetzt bis sonntag bis der sonntag alt fertig ist mitternacht du meldest dich an du bezahlst und vor allem wenn du diesen super preis nimmst für das testimonien angebot dann kommst eben auch noch aus deiner komfortzone raus und lernst über dich zu sprechen lernst deine erfahrungen zu teilen die so so wertvoll sind für andere menschen weil wie du selber weißt auch du profitierst immer von den an von den inputs der anderen menschen und dieser austausch bringt uns gegenseitig so weiter was auch noch der oberhit ist wenn du merkst das passt dir nicht du möchtest es nicht zu ende führen also die drei anwendungen sagst du ein blödsinn ich habe es ausprobiert kein interesse daran kriegst du dein geld zurück so cool ist das mit geld zurück garantie natürlich nicht wenn wir fertig sind sondern nach dem erst nach der ersten anwendung auch wenn dir das coaching nicht gefallen gefällt gefällt das dazu kommt sagst du mir das es ist wie im restaurant wenn du den teller aufgegessen hast und dann sagst es hat nicht geschmeckt dann ist es zu spät dann kriegst du das geld nicht zurück aber wenn du die ersten bissen machst und sagst das ist nichts für mich ich möchte bitte das nicht bezahlen ich möchte das nicht weiter essen ganz klar kriegst du dein geld zurück ich freue mich auf eure anmeldungen ich freue mich euch begleiten zu dürfen euer leben zu eurem traumleben zu machen ja happy black friday bei